Braucht jemand einen Sänger, dass es die Generelle gibt, oder? Man ist ja, dass ein Sänger überhaupt versteht. Man ist ja, wir brauchen hier ganz schnell eine Gasse. Ganz schnell, kommt schon, auf! Macht Platz, eine Gasse! Auf! Verkunftsgasse, sofort, hopp, hopp! Schneller! Mehr Platz, bitte. Es ist nur so dein Besten, mein Bruder, ich renne da gleich durch. Ah, hat der vorhin auch gesagt, der hinten sagt. Wie wird es denn? Diese Fahne hier ist euer Startzeichen. Man nennt sowas Reißverschlussverkehr. Also ich renne von raus und hinter mir, also hinter dieser Fahne, schließt ihr diese Gasse so schnell wie möglich. Ihr schließt sie auf keinen Fall vorher, sonst gibt es Tote. Weil ich bin ein Sänger und ich habe keine Rechtsschutzversicherung. Okay, ihr Lieben, seid ihr bereit für? Hier ist er eben! Geht hin! Aber die Gasse, der Jungs ist auch so, dass du sie bestätigst. Ja? Ja, gut. Ich werde sie mir abmachen hören, aber ich habe noch Glück. Aber ich habe noch Glück. Ich werde ihnen meinetwegen, ja. Aber eine Flotte ist ja gleich auf, halt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.